Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu June 2000. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier und haben uns weiter hier verteidigt. Der Söldner ist leider von uns gegangen, den gibt's nicht mehr. Aber dafür sind wir jetzt vollständig aufgebaut und... Ja, würde ich mal sagen, verstärken wir mal die Verteidigung hier. Weil der Gegner kämpft sehr viel mit Manneken. Oh, Schallpanzer, Leute. Jetzt krieg ich halt von drei Leuten einen auf den Sack, ne? Das ist heftig. Oh, hier sind so schön viele Sammler, ne? Ja, super. Und zum Anfang des Parts hier... Macht ihr mal den Schallpanzer da weg? Ey, das kann ja wohl nicht wahr sein. So. Noch drei Minuten. Und seitdem wir uns in den Schallpanzer haben, geht's nicht mehr. Meine Güte. So, oh! Oh, die hat sehr groß gesplittert, die Rakete. Oh, aber nicht viel getroffen. Okay, gut. So. Noch zwei Minuten. Die stelle ich mit hier hin zur Verstärkung. So. Gut, Freunde, würde ich mal sagen. Ich habe ja jetzt genug Sammler, drei Sammler im Einsatz, glaube ich, ne? Eins, zwei, drei Sammler, ja? Aber sammeln mal hier oben, das ist sicherer Typ. Das ist sicherer, weil der kommt ja die ganze Zeit mit seinem Scheiß da. Die ganze Zeit mit seinem Scheiß. Zu wenig Geld. Zu wenig Geld. Mach doch keinen Sammler-Staub. Schick den doch da oben rein. Verdammt nochmal. So, ich könnte eigentlich ein paar Deviatoren mal gebrauchen jetzt, ne? Für hier unten, für die Sammler. Damit ich mir die mal klauen kann, da. Ja, wie gesagt, der ist leider nicht überlebt. Konnte ich nicht verhindern. Aber dafür muss ich mich jetzt halt selber... Was macht... Was ist das da eigentlich für einer? Was ist eigentlich das da für ein Panzer, der da rumsteht? Der macht mich ein bisschen nervös. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Ja, jetzt, komm. Beweg dich mal da. Nö, der macht nichts, okay? Ja, gut. Zack, sehr gut. Okay, Freunde, dann brauche ich gleich mal den... Noch einen Deviator. Und da werde ich mal aufs Sammler-Suppe gehen, ja? Aber weißt du was, der Deviator, der kann sich mal hier den Panzer dann nehmen. Ja, dann, zack. Sehr gut. So, dann den noch reparieren. Ja, wir sind jetzt in der dritten Folge, in der letzten Mission der Ordos, Freunde. Der Anfang war ja leicht gemütlich, aber jetzt wird es langsam ein bisschen anstrengend. So, dann... Unser Stützbuch wird angegriffen. Ja, dann kämpft mal gegen den hier, so. Macht euch mal gegenseitig kaputt. So, ein Raketenpanzer am besten. So, ja. Dankeschön, Gegner. Oh, der ist wieder zurückverwandelt. Äh, geh weg. Lass meinen Deviator in Ruhe. Lass meinen Deviator in Ruhe, Junge. Unser Stützpunkt wird angegriffen. So, das sind viele, ey. Mach den doch kaputt da, verdammt. So, jetzt da den Kampfpanzer nehmen. Nimm den Kampfpanzer. Sehr gut. So. So, dann... Sehr schön. Gut, dass ich die Deviatoren hier hab, ey. Okay, wirklich. Dann. Ach, verdammt. Oh, scheiße. Lock den rein da. Lock die rein. Okay. Schieß doch nicht auf das Manneken. Die schießt immer auf die Manneken, die Türme, ey. Die sind so dumm. Wirklich. Oh, drei auf einmal. Drei auf einmal, geil. Luftangriff. Oh, nein. Fall auf meine... Oh, alle auf einmal. Freunde. Alle auf einmal. Das ist doch mal bescheuert, ey. Schieß doch nicht auf die Sadukas, Mann. Schieß auf den scheiß Raketenpanzer. Oh, die auch. Ja, sehr gut. Der Raketenpanzer... Psch... Okay. Die Belagerungswaffen da. Die machen die Werkstatt kaputt. Jetzt hör auf. Ja. Sehr schön. Oh, ärgerlich. Was macht dieser blöde Turm? Jetzt mal ehrlich. Was macht dieser blöde Turm da? Schießt die ganze Zeit auf die Manneken. Ja, gut, dann... Ach, verfickte Sadukas hier. Hol dir den Schallpanzer da. Mann, ey. Mann. So. Geh weg damit. Geh weg und greif hier an. Werkstatt nachbauen. Ich könnte verrückt werden hier. Ich könnte hier wirklich verrückt werden. Brauch weitere Belagerungswaffen. Er war den neuen Bisschen. Ach, hier diesen Turm, den lasse ich mal lieber. Der wird immer wieder abgeknallt. So. Ja, Freunde, der Einstieg war ein bisschen holprig hier in diesem Part. Habe ich direkt mal alle meine Saboteure verloren. Wie so ein scheiß Luftangriff, ey. Mann, Mann, Mann. So, jetzt. Bau mal die Kacke hier wieder auf und reparier den mal direkt. Los. So. Die Belagungswaffe kommt hier oben hin. Ich mache wieder das Manneken und jetzt baue ich mal weitere Deviatoren. Um mir endlich mal hier... Okay. Um mir endlich mal hier die Sammler von dem zu klauen, ey. Das geht ja mal gar nicht. So. Die sammeln schön. Das ist gut. Das ist gut, Freunde. So. Ja. Ich muss sagen, bestelle ich mir einfach mal... Ja, gleich. Einen Raketenpanzer. Ich muss noch ganz kurz auf die Uhr gucken. 20 nach 10, alles klar. Gut. 709. Sehr schön. Gut, sehr gut. So, gut dann. Da kommt der scheiß Schallpanzer wieder. Da kommt der Scheißpanzer wieder angeschissen. Den ich ihm eben geklaut hab. Der will wahrscheinlich auf den Deviator hier, oder? Ah. Will der auf den Deviator? Ja, will er. Okay. Das ist egal, Freunde. So. Das ist egal. So. Das kriegen wir verteidigt locker. Ja, weg damit. So, da hab ich jetzt hier meine zwei Deviatoren. Ach du Scheiße, ey. Diese Sadukas. Ja, obwohl ich glaube, Deviatoren bringen hier nicht viel. Erwahrt ein neues Bisschen. Nö, 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 nix. Nimm dir den und geh mal zurück. Kämpf mal gegen die, äh, Sadukas da. Ja, danke. So, brauche ich mal weiter Quatz hier. Der kann dich schön platt machen für uns. So, sehr schön. Eine Minute, sehr geil. Boah. Die Sadukas, alter. Oh. Ho, 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 ho. Was war das denn da gerade? Keine Ahnung. Egal, ich hab hier Belagerungswaffen stehen dafür. Verdammt nochmal, ey. Sadukamassen hier, ey. Raketenabschuss. Ah, super. Ich kann mir, ich kann mir in diesem Level leider keine Sammler klauen hier. So, sehr schön. Ja, so muss das laufen für die Manneken. Genau so, ey. Genau dafür. Nicht getroffen. Sehr schön. Sehr gut. Boah, das ist ganz schön viel, was hier ankommt wieder, ey. Ah. Hol dir den. Los. Leviator. So. Schieß mal auf den da. Los. So, sehr gut. Alles klar, die haben wir. Nervig, ey. Richtig, richtig nervig. So. Und jetzt? Aha. Okay, alles klar. Der will das hier. Unser Stützpunkt wird an die Kraft. Dann die Deviator mal hier. Boah, das ist gemein. Nein, 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 nein. So. Hol dir mal den. Sehr gut. Dann mach dir mal den Schallpanzer platt. So, während ich mir hier so langsam meinen Angriffstrupp zusammenstelle. Ich stehe nicht drin. So. Fahr mal da. Fahr mal los. Genau. So. Sehr gut. Mach dir den Schallpanzer mal kaputt, ja? Sehr schön. Genau so, Leute. Genau so. Mhm. Ah, geil. Mach du den Halt kaputt da. Sehr gut. Erwartet neue Befehl. Einheit beim Wart. The überlebt echten Dings. Na gut, egal. Okay. Gut, dann brauche ich mal weitere Einheiten, ne? Gut. Dann brauche ich mal hier von ein und hier von ein. So. Oh, da brauche ich einen Quad. Der ist direkt weg. Weißt du was? Fahr mal runter und schieß einmal da drauf, da? Oh, der hat nicht... Doch, okay. Der hat doch getroffen. Okay. So, der will wieder kommen. Das soll er mal gerne mal versuchen. Ich habe hier meine Deviatoren. Die nutze ich jetzt einfach zur Verteidigung. Das ist, ich glaube, das ist in diesem Level angebracht hier. Ja, ich glaube, das ist angebracht vorhin, ne? Der hat gebaut. Boah, mal ein dickes Rohr. So, dann... Wir sind bereit. Noch zwei Minuten. Schieß mal auf den da. Wir sind bereit. Schwäch den mal ein bisschen. So. Sehr schön. Ah, der ist jetzt verwirrt. Seht ihr das? Noch eine Minute. Oh, kein Geld. Das ist jetzt richtig... Das ist jetzt richtig böse, ey. Nein, nein, nein. Nicht eure Schüsse auf den Shrike verschwenden. Eher auf den Kampfpanzer da unten. So, lass den... Nein. Ja, okay, egal. Ne, dann... Gut, dann holt euch mal wenigstens mal einen hier. Du gehörst mir, Junge. Auch noch mit Luft an... Aha. Das ist... Okay. Kannst du gerne versuchen. Oh. Penner. Okay, neuen Deviator. Nicht schlimm, Freunde. Nicht schlimm. So. Sehr schön. Dann... So viele Einheiten, wie der hier hochschickt, ne? Nein. Egal, dann... Haha, sehr gut. So. Wir machen ja hier Kampf der Belagerungswaffen. Uff. Nein. Ah, Penner, ey. Richtiger Penner. Hat er beide Deviatoren von mir platt gemacht. Ja, gut. Das ist halt die letzte Mission. Die ist ein bisschen knackiger, ne? Gut. Müssen wir mal zwischenspeichern hier, liebe Leute. Joa. Dreieinhalb Parts. Und... Joa. Wollte ich mal sagen... Müssen wir das vielleicht aufteilen. mit der Mission hier. So. Dann stellen wir wieder da unten hin. Hör auf zu schießen. Pss. So. Sehr schön, Freunde. Sehr, sehr gut. Da fährt wieder irgendwas. Oh, das existiert sogar noch. Naja, gut. Egal, das passt so halt. So kann ich hier jetzt echt Einheiten bauen, ne? Gut, dann bauen wir weitere Kampfpanzer. So. So, da kommt wieder ein blöder Saduka. Der macht jetzt hier echt noch die Energie von dem platt. Das ist unglaublich. Wirklich unfassbar, ey. Uh, Raketenpanzer. Hol dir mal einen. Hol dir den mal. So. Sehr schön. Nein, jetzt hör doch mal auf, immer auf meine Deviatoren zu gehen. Zieh den mal weg da. Der ist verwirrt. Links, rechts, links, rechts. Habt ihr gesehen? So. Das ist sowieso ein Miner gewesen. Naja, egal. Äh, zu wenig Geld, ey. Mann. Hör doch mal auf. Unser Stützpunkt. So. So, dann machen wir mal auf den da. So, zack. Sehr gut. So, dann können wir jetzt mal Schritt für Schritt hier unsere Armee wieder ausbauen. Zack. Weg mit dem. Gut, dann stell den mal da hin, damit der gleich direkt platt gemacht wird. Wir sind bereit. Oh, würde ich mal sagen, wächst unsere Armee weiter. Sobald er sich verwandelt, ist er tot. Der kann sogar noch ein bisschen mithelfen, ja. Oh, Schallpanzer. Gut. Hol den. Nein. Er hat mich getroffen. Ja, sehr schön. Egal. Komm. Er kann noch ein bisschen helfen, hier. Ha, sehr schön. Das letzte Manneken von dem Söldner hier. Und der Söldner wurde ausgelöscht. Shit. Ja. Naja, gut. Egal, Freunde. Ich würde sagen, wir sammeln jetzt hier ein bisschen Kohle. Zu wenig Geld. Ja, ist mir egal. Bestell trotzdem. So. Ich habe einen Saboteur wahrscheinlich wieder gleich, ne? Genau. Gut. Saboteur bereit. Naja, Wurm. Ist okay. So, Raketenpanzer. Ja, nein. Verdammt. Egal. So. Unser Stützpunkt wird angegriffen. So, dann geht hier hin. Und holt euch mal einfach mal die Einheiten da. Ey. Nicht deren Ernst jetzt. Wir sind bereit. So. Sehr gut. So. Sehr schön. Ey. So. Geht ihr mal. Und. Ja. Raketenabschuss. Natürlich. Was auch sonst. Na dann. So, Freunde. Würde ich sagen, baue ich hier Schritt für Schritt weiter meine Armee auf. Ich stelle euch mal da oben hin, ja? Kein Bock. Guck, dass die da abgeschossen werden. Oh. Das X-Forschungszentrum. Okay, das muss ich dann nachbauen. Ich habe irgendwie wenig Geld hier. So. Mach den kaputt da. Los. Mach den kaputt da. Fahr mal hier unten hin. So. So. Äh. So. Sehr gut. Überfahr mal die Dings hier. Die Sadukas. Äh. Komm schon. Äh. Jetzt komm. Ja, sehr gut. Sehr gut machst du das Raketenpanzer. Für den ich kein Geld gezahlt habe. Sehr schön. Ja. So, okay. Dann habe ich mal eine vierte Manneken hier. Hatte mir echt ein Gebäude wieder weggenommen, ey. Sehr schön. Der kann gar nichts machen. Das finde ich so geil an den... An der Taktik mit den Deviatoren, Freunde. Kannst dem Gegner einfach die Einheiten klauen und der kann nichts machen. So einfach ist das. Ja. Dann stelle ich das mal wieder auf. So, zack. Ich speichere das nochmal zwischen kurz. Wie ihr gespeichert. Und... Ja. Wie geht's euch so? Mir geht's ganz gut soweit. Ähm. Ich bin froh, wenn ich die letzte Mission mit den Orders geschafft habe. Wird gebaut. Wird gebaut. Ich brauche Raketenpanzer, ne? Eigentlich, ja. Eins, zwei, drei... Vier Raketenpanzer. Ja, eigentlich Kampfpanzer. Drei Kampfpanzer und vier dicke Rohre. Kampfpanzer brauche ich, ja. Einheit zur Not. Was? Ach, die Manneken. Okay. Na gut, dann. Wir sind bereit. Einheit zur Not. Nein, schieß doch! Ah, nein. Oh, Leute. Jetzt hört doch auf. Mann. Einheit zur Not. Ich bin froh, wenn ich das wieder mit Freben. Ja, ja. Ich merke das schon. Einheit zur Not. Einheit zur Not. Kommt, sehr schön. Weitere Kampfpanzer. Oder nee, wisst ihr was? Ich sammle die Kohle für neun Sammler und neues Flugzeug. Ja, das ist, glaube ich, eine bessere Alternative jetzt hier. So, Raketenpanzer. Der versucht mich wieder abzufucken hier, aber... Ich hab'n Deviator, Freunde. Der muss jetzt treffen. Sehr gut. Der hat getroffen. Sehr schön. Weg da. Weg da! Oh. Mann, ey. So. Gute Taktik. Auf jeden Fall. Die magische Taktik. Und dann. Genau. Der kann sich schön hier reinstellen, das Raketenfeuer. Und den hole ich mir jetzt auch. Nein, schon wieder nicht getroffen. Ach, Mann, warum trifft der denn jetzt nie? So. 1100. 867. Ich würd' gerne reservieren, aber das geht hier leider nicht. So, 874, komm. So, da hab' ich den jetzt reserviert. Das ist schon wieder so ein Scheiß-Luftangriff. Aha, Mann. Das ist der natürlich durchgekommen. Voll. Der macht meine Energie platt. Das ist nicht wahr. Tatsächlich, Leute. Der macht meine Energie platt. Naja, gut. Dann. Unfassbar, wirklich. So. Naja, gut. Ähm, ich will noch einen Sammler haben. Das ist wichtig hier. Egal, komm. Dann holen wir erstmal ein Flugzeug und dann baue ich den Sammler halt so nach. Ach. So, gut. Dann. Energie nachbauen. Oh, Raketenpanzer. Die haben immer so viele Raketenpanzer da. Mensch. Und wieder nicht getroffen. Die treffen halt nicht immer. Das ist das Problem vorher. Das ist echt das Problem hier. So, jetzt. Ah, jetzt hör doch mal auf, immer auf meine Dings zu gehen. Oh, ich hab kein Geld mehr. Mal wieder, ey. Ich hab's langsam satt mit diesen Geldproblemen hier. So, ja. Oh, der ist schon wieder so schnell. Krass. So schnell, Freunde. Schieß. Oh, schon wieder nicht getroffen. Wow, ey. Die sind echt heftig, diese Panzer. So. Rein da. So, reparieren. Und du gehst mal hier hin. So. Der Sammler ist fertig. Sehr gut. Ja, natürlich. Alter, Schmiele, ey. Das ist dreist. Das ist dreist, was der hier macht. Das ist echt dreist. Den könnte ich eigentlich jetzt gebrauchen. Ja, sehr schön. Für die Sadukas. Schieß doch mal, ey. Boah. Hohohohoho. Schaut euch das an. Dieser Schaden von denen, ey. Egal. So, jetzt habe ich vier Sammler, Freunde. Vier Sammler. Und vier Flugzeuge. Puff. Sehr gut. Gut. Da kommt schon wieder was. Ja, hier wird man wirklich ununterbrochen angegriffen. Das ist... Schon, ja, gewinnungsbedürftig. Aber das ist halt... Das wäre halt nicht June 2000, wenn es nicht schwer wäre, ne? Wir sind bereit. So. Würde ich sagen, der kommt noch hier unten mit hin. Wir sind bereit. Und sein Stützpunkt hat angekratzt. Ach Leute, jetzt hört doch mal auf. Lass mich doch in Ruhe. Einheit bereit. Weitere Quats. Ja. Nein, kein Sammlerstau hier. Oh. Okay, ja dann. Doch. So, okay. Dann. Wurste ich eigentlich weitere Raketenpanzer, ne? 807, ey. Ja, da wir die nicht bauen können, ist das... Die einzige Möglichkeit, an die Dinger dran zu kommen. So. Mein Armee wird größer und größer, Freunde. Bauen wir mal einen Raider, bitte. Zur Erkundung. Ich will wissen, was der hier alles hat, hier. Vor allem hier unten auch. So. Das ist kaputt. Ui. Ui. Raketenpanzer wieder. Egal. Zack. Weg damit. So, sehr schön. Dann würde ich mal sagen, Zwischenspeichern. Ganz wichtig, nicht vergessen. Falls es wieder abstürzt. Wieder mal kein Geld, ey. Typisches Problem hier, ey. Rakete. Mann, Mann, Mann. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Nach zwei Minuten. Einheit erreicht. Der will jetzt wahrscheinlich dem Dings nach, hier, ne? Dem Raider. Na gut, dann fahren wir hier hinten hin. Was? Voll auf meine... Voll auf meine... Verlagerungswaffen. Nein. Gut, dann fahrt ihr mal dahin. Einfach. Gut, dann bau nach. So. Gut. Die kann ich ja ersetzen, das ist ja kein Problem. Gut. Dann lockt die mal weg. Das ist eigentlich ganz gut, ja? Wo denn jetzt schon wieder? Dann nochmal, ey. So. So, hier kann es sein, dass ich gleich in die... Voll in die gegnerische Basis reinfahre. Aber... Pfff, kein... Was soll's? Ich will sehen, was hier gebacken ist. Ja, hier ist definitiv... Ja, ja, hier ist ne... Hier ist ne Basis, okay. Schall... Unser Stützpunkt wird angegriffen. Uff. Ein Schallpanzer, nimm dir den mal. So. Dann gehört der mir jetzt. Sehr schön, dann kämpf mal gegen den da, ja? Ah, das war mein Raider. Super. Toll. Hier unten ist der Attrides-Typ, okay. Alles klar. Cool. Ja, dann. Mach deine eigenen Einheiten platt. Sehr schön. So, Leute. Leute, Leute, ey, sa... Scheiß Imperator-Truppen. Mann, ey. So. Alles klar. Batsch. Oh, Sammler ist uncool. Sammler ist wirklich uncool. So, hol die mal beide ab, da. Los. So. Äh. Macht die kaputt, die Trikes. So. Uff. Sehr schön. Ah. Hat sich sowieso... ...schon verwandelt. Alles klar, Freunde. Gut. Würde ich mal sagen... Zwei Raketenpanzer. Zack. Unser Stützpunkt... Oh, Leute. Doch nicht das Ding. Hör doch auf. Dieser Raketenpanzer. Mann. Leute. Deviator. Oh, hier geht's jetzt ab. Hier geht's jetzt richtig ab. Leute. Ah, Mann. Fahr auf die... Fahr auf die Sadokas. Fahr einfach auf die scheiß Sadokas. Boah. So. Hahaha. Meine Güte. So. Neue Deviator. Ja, genau. Ah, dann lock die hier rein, komm. Ah, sehr schön. Oder so. Nach zwei Minuten. Puh. Gut. Dann hol den mal ab. Das ist jetzt... Das ist jetzt nervig. Gut, dann hol den mal einen Quad und... ...mach den mal kaputt, da. Ist ein Penner da, ey. So. Den schaffst du. Locker. Der kann nix. Genau. So. Sehr schön. Weiteres Einheiten. So. Jetzt aber. Ja, fast. Ah, der macht nicht viel, okay. Der hat auch nur zwei Flieger. Du du... Haha, sehr schön. Jetzt nur noch einen. Direkt reparieren. Ja, gut. Das ist in Ordnung. Puh. Letzte Missionen vor. Ja, man merkt's. Man merkt's. So. Am besten noch direkt noch einen neuen Sammler hier. Die sind immer so teuer. 1100. Wir sind bereit. So. Hahaha. Freemann versucht das wieder mit. So. Kann er gerne versuchen. Dafür hab ich... Genau dafür hab ich da zwei Belagerungswaffen stehen. Genau für die Manneken hier. Jo. Gut, Freunde. Ähm. Jo. Haben wir jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Erstmal ein bisschen Ruhe, Leute. Sau teuer. Aber egal. Komm. Wie soll ich sagen? Bau das Flugzeug so. Komm. Lieferung in fünf Minuten. So. Gut. Wir müssen unsere Finanzen hier stärken. Ganz wichtig, Leute. So. Alles mal reparieren. Ja. Und dann sehe ich auch, dass unsere Zeit gleich schon wieder rum ist. Ja, vier Minuten. Freunde. Ähm. Ja, dann reparier den mal. Damit der schneller da ist. So. Sehr gut. Da kommt schon nämlich schon wieder was. Um mich hier zu nerven. Aber das geht schon. Das geht schon, Freunde. Sehr gut. Ja. Den haben wir. Jo. Da hab ich heute drei Parts von Dune 2000 aufgenommen. Sehr cool, Freunde. Und ja. Wollte ich sagen, speichere ich das schon mal? Nicht, dass das wieder verloren geht hier. Spiele die Speicher. Und so. Da will mich wieder einer nerven. Aber das lass ich nicht zu. Aha. Freunde. Da ist tatsächlich die Uhr. Das heißt. Ja. Ich muss den Parten enten. Oh, ich fähr das jetzt noch hier ab. So. Ja, das muss einfach. Den schaffst du. Jawohl. So, dann fahr da oben drauf. Fahr einfach da drauf. Oder ja. Keine Ahnung. Den Schallpanzer hole ich mir gleich, Freunde. So. Den schaffst du. Komm. Ja, oder so. Genau. Schallpanzer. Los. Weitermachen. Los. Weiterschießen. Was machst du denn? Ach, Mann. Leute. Das ist doch so bescheuert, dass die manchmal echt außerhalb der Reichweite sind hier. So. Mach den. Fahr da drauf. Mach den halt so kaputt. Manikken. Ja. Geil. Okay. Sehr gut, Freunde. So, wir haben 2000 Credits. Oder Spice. Das ist sehr gut. Allerdings, Freunde, würde ich mal sagen. Wir haben jetzt schon wieder die Partlänge erreicht. Ich würde sagen, ich speichere das mal. Und ja, ich würde sagen, wie wir hier unsere Armee weiter aufbauen und den Gegner schließlich endlich mal angreifen, würde ich sagen, sehen wir beim nächsten Mal. Ich würde dann jetzt erstmal speichern und mache jetzt erstmal Schluss. Und ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Und ja, würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Tschüss. Vielen Dank.